Die sieben besten Kliniken in Berlin – ein umfassender Überblick Berlin, die pulsierende Hauptstadt Deutschlands, ist nicht nur kulturell und historisch bedeutend, sondern auch ein Zentrum für medizinische Exzellenz. Die Stadt beherbergt einige der besten Kliniken des Landes, die sowohl für ihre fortschrittliche medizinische Versorgung als auch für ihre innovativen Behandlungsmethoden bekannt sind. Charité – Universitätsmedizin Berlin Die Charité ist zweifellos eine der bekanntesten und renommiertesten Kliniken in Deutschland und Europa. Sie besteht aus mehreren Standorten, darunter die Campus Charité Mitte, Campus Benjamin Franklin und Campus Virchoklinikum. Die Charité bietet Spitzenmedizin in fast allen Fachrichtungen und ist besonders bekannt für ihre Forschung und Lehre. Sie spielt eine führende Rolle in der medizinischen Forschung und hat zahlreiche wegweisende Studien hervorgebracht. Vivantes Netzwerk für Gesundheit Das Vivantes Netzwerk ist das größte kommunale Krankenhausunternehmen in Deutschland und betreibt neun Krankenhäuser in Berlin. Vivantes bietet eine breite Palette an medizinischen Dienstleistungen, von der Grundversorgung bis hin zu hochspezialisierten Behandlungen. Besonders hervorzuheben ist das Vivantes Klinikum Neukölln, das für seine exzellente Versorgung in den Bereichen Onkologie, Kardiologie und Geburtshilfe bekannt ist. Deutsches Herzzentrum Berlin Das Deutsche Herzzentrum Berlin ist eine weltweit anerkannte Einrichtung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es bietet Spitzenmedizin auf dem Gebiet der Herzchirurgie, Kardiologie und Transplantationsmedizin. Das Herzzentrum ist bekannt für seine innovativen Behandlungsmethoden und seine hervorragenden Ergebnisse bei Herzoperationen und Transplantationen. Helios Klinikum Berlin Buch Das Helios Klinikum Berlin Buch ist eines der größten und modernsten Krankenhäuser in Berlin. Es bietet eine umfassende medizinische Versorgung in nahezu allen Fachbereichen, darunter Onkologie, Neurologie, Orthopädie und Notfallmedizin. Die Klinik ist besonders für ihre hochmoderne Ausstattung und ihre exzellenten Fachabteilungen bekannt. Sankt Gertrauden Krankenhaus Das Sankt Gertrauden Krankenhaus ist eine renommierte katholische Klinik im Herzen Berlins. Es bietet eine hochwertige medizinische Versorgung in einer Vielzahl von Fachbereichen, darunter Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe. Das Krankenhaus ist bekannt für seine patientenorientierte Pflege und seine freundliche Atmosphäre. Augustenburger Krankenhaus Das Augustenburger Krankenhaus, auch bekannt als Auguste Victoria Klinikum, ist ein wichtiger Bestandteil des Vivantes Netzwerks und bietet eine umfassende medizinische Versorgung. Die Klinik ist besonders bekannt für ihre Expertise in den Bereichen Onkologie, Geriatrie und Infektiologie. Sie legt großen Wert auf eine ganzheitliche und patientenorientierte Betreuung. Sankt Hedwig Krankenhaus Das Sankt Hedwig Krankenhaus ist eine weitere angesehene katholische Klinik in Berlin. Es ist besonders bekannt für seine Abteilungen für Psychiatrie und Psychotherapie, Neurologie und Geriatrie. Die Klinik bietet eine umfassende medizinische Versorgung und legt großen Wert auf eine individuelle und menschliche Betreuung der Patienten. Diese sieben Kliniken repräsentieren das Beste, was Berlin im Bereich der medizinischen Versorgung zu bieten hat. Sie stehen für exzellente medizinische Qualität, innovative Behandlungsansätze und eine patientenorientierte Betreuung. Schauen Sie sich gerne weitere Videos in der zugehörigen Playlist oder im empfohlenen Video in der Beschreibung des Videos an, das Sie gerade gesehen haben.